Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Seit elf Jahren gehörte er neben seinem Onkel Quavo und seinem Cousin Offset zum Rapper Trio Migos. Nun ist Takeoff tot. Kirschny Kariball, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, wurde erschossen. Der Rapper Takeoff ist am Dienstagmorgen erschossen worden. Das berichtet das US-Promiportal TMZ. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Kirschny Kariball hieß, wurde demnach im texanischen Houston in einer Bolingbahn tot aufgefunden. TMZ zufolge spielten Takeoff und sein Onkel, US-Rapper Quavo, gerade Würfel, als eine Auseinandersetzung mit bislang unbekannten Männern ausbrach. Dabei habe einer von ihnen das Feuer eröffnet und auf Takeoff geschossen. Der 28-Jährige sei dabei am Kopf oder in. Untertitelung des ZDF für funk, 2017